Ah, an opening day stands up to foes within and without. Kennen wir die schon? Ein Rückblick auf die Anfänge. Hatten wir das nicht schon? Wir trauen, endlich pflüggeln. Merikas Vision in der Welt zu verbreiten. Hatten wir schon. Dann kennen wir die anderen in bestimmten Mitteln auch, oder? Der Prophet widersteht, Feinden, Inneren wie Äußeren. Okay, das wiederholt sich tatsächlich nur. Ja, machen wir auch. Ist das nicht sein Haus oder seine Bank? Ähm... Das war's? Och, nö. Okay. Dafür habe ich jetzt einen Lockpick gebraucht. Na toll. Oh. Uh. Okay. Das war nicht schlecht. Okay. Ja, ich hätte am liebsten den Karabiner natürlich wieder, aber die tut's auch erst mal. Oh. 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 Was haben wir da aus? Eine Schockjacke. Bei Nahkampfschaden. 50-prozentige Chance, Feinden hier zu schocken. Opfer sind zwei Sekunden lang verwundbar und nehmen 50 Schaden im Gegenzug zu. Pyromanie. Pyromanie 50. 400 Schaden. Oh, ich mag das eigentlich mit dem Feuer. Wir nehmen es einfach mal nur. Ach, der macht die Sachen hier. Ja, ja. Hm. Hm. Ich benutze die Fähigkeiten viel zu selten, leider. Sein geschützt, Sein geschützt, Burstgun, Repetierer. Ich schieße gewesen, Entschuldigung. Hm. Könnten wir kaufen. Weniger Rückstoß. Burstgun, Repetierer, Schießeisen, Feuerhagel. Ähm, nee. Okay. Was haben wir hier noch? Das ist was für dich. Okay. Alles kaputt. Wie soll sich die Stadt je davon erholen? Am besten gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich gar nicht wollte ich eigentlich sagen, aber ähm. Bagger's Alley. Bagger's Alley. Bagger's Alley. Bagger's Alley. Bagger's Alley. Geht jetzt hier weiter? Ähm. Ähm. Was war denn mit der anderen Seite? Verdammt. Das ist die Bank. Harmony Lane. Ähm. Geht's auf beiden Seiten weiter? Das ist jetzt schwierig. Wir sollen zum Haus des Propheten, ja. Aber, ähm. Wo geht's jetzt wirklich weiter? Was ist das? Was? Picks. Davon kann man nicht genug haben. Okay. Uh. Drei Stück. Okay. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Das war's aber irgendwie. Ich glaube. Und drei Picks brauchen wir genau dafür. Okay. Finden wir ganz zufällig. Fertig. Alles klar? Hm. Immerhin. Da haben wir noch ein Buch. Die werden wir sicherlich noch finden. Finde den Voxcode. Okay. Das ist mal andersrum. Bis jetzt haben wir immer nur den Voxcode erst gefunden. Und anschließend. Das Codebuch. Alles klar? Alles klar? Verräter! Verräter! Grügen, alle Schlägen!! Verbehоловige Verräter! Moment. Alles klar, ich komme. Kann sich nur um Stunden handeln. Wo hat der mich denn jetzt hingeschossen? So ein verdammter... Oh ja. Die Salze sind voll. Müsst du essen, wenn ich schlecht. Oh ja. Market District. Kommen wir von beiden Seiten ran? Blutrot, ja. Hier haben wir schon wieder was verschlossenes. Na gut. Sondern los, Kind. Ah. Okay. Wir machen ein bisschen Gesundheit. Oh Gott, ey Krieg. Jetzt geht's da weiter. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was richtig ist. Sind das jetzt zwei Seiten, von denen wir hätten kommen können? Hier ist nichts weiter. Market District, pass auf. Das heißt, wir sind da im Grunde genommen. Und bei der Bank wären wir hier irgendwie langgekommen. Was ist jetzt korrekt? Was ist jetzt korrekt? Das heißt, wir ... Das mit den Rest sind drin. Die heilige Mobil, wirdu �ale aus. G 돌�et panieren. ich habe munition nehme ich in dem fall gerne danke weiß ich nicht guck nach ich kann es ja nicht sagen ist er noch da das denke ich auch ich habe ihn jetzt nicht geschossen ich habe ihn jetzt nicht geschossen Danke. Sehr gut. Dankeschön. Viel Spaß damit. Oh nein, es ist schon wieder so eine... Das ist so brutal, ey. Dann sind wir hier doch wieder richtig. Hör auf, mich zugrunde zu rechten. Das soll doch. Hey, da. Hm? Warten. Du stehst im Feuer. Tödlich oder tot. Tödlich oder tot? Ein Lockpick, sagt sie. Wo denn? Süße, geh mal raus an die frische Luft. Wo ist der Lockpick? Oh, das ist eine Leiche. Oh mein Gott. Was wollen Sie mit dem Ding hier haben? Meine Mutter, ich treffe. Ich finde da kein Loch, die gerade. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind hier anscheinend komplett wieder falsch, ne? Beziehungsweise sollten wir noch nicht hier sein. Da können wir wieder was öffnen. Ich muss ja nochmal zurücklaufen. Das ist mir zu... Danke. Ja toll, das brauchen wir nicht wirklich, ne? Kaffee, Salz. Ausrüstung. Der letzte Mann. Wenn deine Gesundheit sehr gering ist, erhältst du beim Töten von Feinden Gesundheit. Oh, gegen was? Feuervogel. Boah, ich mag das eigentlich. Ich nehme es einfach erstmal nur. Ja. Hat sich nichts wirklich gelohnt, muss ich sagen. Und ich klappe mir irgendwann wieder zurück. Das ist die Gatlin, die würde ich nicht, denn da scheint es wieder weiter zu gehen. Oh. Ich muss nochmal gucken, was auf der anderen Seite gewesen wäre. Ob es da jetzt auch direkt so weitergegangen wäre. Vielleicht können wir von beiden Seiten weiter in die Stadt reinkommen. und auf dem Rückweg kann ich alleine nochmal eine andere Knarre in mir raussuchen. Mann, das sind so weite Laufwege. Wahrscheinlich kreuzt sich das alles wieder, aber... Da wäre ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher. War eigentlich da... Oh, irgendwas. So geht das nicht. Und wo muss ich denn kommen? Und dahin... Zu... Nee, das will ich aber nicht. Ich will... Hm. Wir gucken jetzt erstmal hier rein. Harmony Lane. Natürlich. Das kriegt doch schon wieder nach Feinden, oder? Gut. Der Kugel in deinen Händen! Elizabeth? Aber klar! Schubschütze, Vorsicht! Ich sehe ihn da oben! Scheiße. Meine Gesundheit ist echt zu weit unten! Meine Gesundheit ist echt zu weit unten! Und ich habe jetzt natürlich keinen... Nützt mir ja nichts. Du wirst bluten, Schwein! Deswegen habe ich hier keine andere Waffe. Ich habe Munition! Ich werde dich decken! Oh! Waffe? Prima! Okay, da oben bist du... Meine Familie? Für die Waffe! Ah, nein! Wie schnittst du dir denn alles auf? Ich sauf dein Blut! Ich sauf dein Blut! Das ist deroceraio! Nein! Nein! Die Waffe ist hier an deroceraio! Ich sauf dein Blut! hostile! Wie schnittst du dir? Warum empf EX among the biblical- Du Schwein. Das war's, okay. Präzisionsgewehr, großartig. Jetzt krieg ich Präzisionsgewehr da oben hin. Bitte sehr. Hier können wir auch wieder. Es gibt hier so viel zu gucken, keinem anzutun. Kommt unten lang. Dann drüber zu wurschteln. Okay. Okay. Mal gucken mit ihr nochmal, was hier drin ist. Das dürfte schnell gehen. Bitteschön. Danke. Okay. Okay. Lass das lieber. Okay. 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 Lass das lieber. So. Wow. Und wofür das jetzt? Außer, dass ich jetzt einen Lockpick wieder zurückgekriegt habe? Hm. War ja eher so ein bisschen... Das bringt aber nichts, ne? Das bringt aber nichts, ne? Nee. Okay. Okay. Was auch immer. Ich glaube, hier geht es tatsächlich überall weiter. Und da oben geht es auch noch hin. Was? In Ordnung. Okay. Ja, ja. Mach das. Hm. Warte, 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 warte. Da warte. Da war noch einer. Hm. Da oben war noch einer. Ich bin hier unten. Hm. Ist Gesundheit drin? Okay. Kommen wir hier irgendwie... Nein, kommen wir nicht. Da liegt auch ein Gewehr. Ich bin hier unten. Okay. Okay, ein Präzisionsgewehr wieder. Da oben kann man doch auch noch hin, oder nicht? Das ist Jürgenwiss. Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher. Da oben kommt man irgendwie hin, aber ich weiß jetzt nicht wie. Von da aus nicht. Von da aus auch nicht. Da ist irgendwas, aber... beim besten Willen nicht. Ich weiß nicht wie. Autsch. Okay, aber da kommt man noch rein. Oh.